Wir sind ein alteingesessener Frankfurter Handwerksbetrieb, aber wir betreiben auch innovative Themen, zum Beispiel E-Mobilität, Ladeinfrastrukturen. Die Themen bearbeiten wir sogar deutschlandweit mittlerweile. Nur hier in Frankfurt wird es schwer. Da haben wir vor über drei Jahren einen Antrag gestellt, dass wir hier bei uns vor der Tür öffentliche Ladeinfrastruktur betreiben. Bis heute habe ich leider noch keine Rückmeldung dazu. Wann bekomme ich da endlich Antwort? Bauvorschriften, Garten-, Vorgartensatzungen und Milieuschutz behinderten unsere Arbeiten im Umstieg auf erneuerbare Energien. Die Vorschriften, die hier eingehalten werden müssen, können wir nicht erreichen in Frankfurt. Abstandsregelungen und Möglichkeiten eben, was in die Vorgärten zu stellen, was bei einer Wärmepumpe wichtig ist, ist nicht möglich. Von daher fordern wir ganz klar die Änderung dieser Vorschriften, dieser Bestimmungen, damit der Umstieg auf erneuerbare Energien vorangetrieben werden kann und wir ein sauberes Klima bekommen.